er ist noch ein solches und 80 herzlich willkommen zu tun Brader das ist jetzt Part 13 jetzt geht's weiter wir haben wieder alt immer noch direkt auf dem Weg ja weiß ich mich jetzt perfekt das ist doch kaum zu glauben die wollen hier voll verarschen anscheinend und das sieht man gleich wieder auf da wird mir gar nicht mehr vernehmen aber wir sind ganz alle ohne Witz wir sind auf alle Fälle schon was ist los was ist Part 13 wie ich es im Anfang glaube ich schon gesagt habe und jetzt geht's hier weiter geht's hier weiter komm scheißreizust du kannst mich noch einmal hier über die Queer herkaufst aber dann bin ich böse ohne Scheiß ok dann wollen wir weitermachen jetzt mit dem nächsten Part machen wir jetzt weiter und ab geht die Post so dann wollen wir hier runter ab in die Ölpumpe runter runter wie können wir so leben frag mich nicht wie die hier so leben können ich weiß das nicht ich weiß das nicht oh mein Gott wohin definitiv es ist mal ich in 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 Oh, das stoppt doch eigentlich mal. Wow. Wow. Oh, das nervt mich. Das nervt mich. Okay, ich bin hier halt blöb schnitt wie hier. Schmeißer, reich hier. Es stirbt doch eigentlich, ich muss sagen. Oh, ja, gleich. Oh, ja, gleich. Oh, jetzt kommt er. Jetzt kommen sie. Oh, ja, gleich. Oh, ja, gleich. Statt, ist das schon mal hier drin? Oh, komm her! Woher fahrtest du? Komm her! Das ist auch ein Zahn. Werf mich nicht. Wow, ich bin mal entschuldigt hier. Ja, guck mal, Clara. So wie. Komm her. Ah, die Händen. Komm her. Woher kommst du rein? Wow. Wo komm mal her? Konter und Tod. Tja, selber zuzuschreiben, wenn du herkommst. Die Händen. Wow. Die Händen. Wo komm mal her? Jesus, nee. Tod. Wo? Konter. Komm her, wenn du es denkst. Komm! Ich sag dich fertig! Dann komm her, komm! Ich komme und hole dich! Du wuchst auch hin! Dann komm her! Und... Tod! Das stimmt doch eigentlich meine Hüte! Jetzt zieht ihr euch zurück, ihr feigen Säcke. Echt? Lara, du lebst noch! Gerade so! Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt, aber ich weiß wo! Komm rauf, dann holen wir sie da raus! Von hier aus komm ich nicht rauf! Verdammt! Aber die haben ja eine Anlage zur Frachtbeförderung! Vielleicht kommst du ja damit über die andere Seite! Okay! Schon unterwegs! Wir müssen raus! So! ... ... ... ... ... ... So, ich hoffe noch, die Whilera! So! Wir können jetzt noch mal den Berg in gut! So Lass mal hier hoch, Larallein, komm, hoch mit dir Guck, dann machen wir noch zwei Parten und dann ist Schluss für heute Dann lass dich runter jetzt Wow! Vorsicht! Stütz mich bloß nicht ab hier Guck mal, wenn wir hier kommen Ja, schlimm für dich Hä? Hier drüben muss ich hin, klar, aber wie? Ah, okay, hier runter Komm schon! Hilf dir mal einer! Und tschüss! Lass euch die Explosion weggefeiert hier, ey Sind wir dran schon, können wir jetzt mit Brenner rauskommen Guck mal, ist denn der hinten runtergestoßen irgendwie? Geschmitten? Ne, anscheinend nicht Hm Schieß mal, ist mir hier das Ding kaputt hier, soo Ja In der Edo-Periode Japans hatte traditionelle Männerkleidung keine Taschen In roh waren kleine Behälter für persönlichen Besitz, eine Art Frühform des Geldbeutels Soo 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 Komm schon Okay Okay Hier gibt es nichts Wollen wir mal nach oben gehen Soo Ich glaube wir sind Ich bin hier Ich bin zufrieden Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Wo? Der geht doch da runter jetzt! Hä? Mann! So ne dumme Nuss, ey ohne Witz! So ne dumme Nuss! Oh Gott! Oh Gott, das tut jetzt! Wow! Jetzt stirbt doch eigentlich mal um meine Güte, ey! Ich hab doch mal nicht vom Toten, ey! Jawoll! Gehe boh! Ist eigentlich erledigt? Wie war der Rache? Komm nach nach, komm! Komm nach nach, komm! Steckt da hinten drin rein, bitte! Wo kann man her jetzt? Jetzt stirbt, Alter! Oh, was ist denn das denn hier? Oh, was ist denn das denn hier? Der hat Dauernsehn, ist aber schuld! Große Klappe, aber nix nach hinten! Und jetzt beende ich das damit! Hau ab jetzt! Soll ich euch erstmal alle hier... Blündern, ey! Mit den Herrgutzen nahm mir! Alter, warum sind das denn immer schön, wenn ihr mich blündern macht, ey! So ist der Rache, oder? Perfekt! Na, mir hier drum auch nur jetzt bergungsgut hier erstmals, so! Und... Weiter geht's! Dann hier... Ich muss mal schön sagen... Oh, nur der Fichtigkeitspunkt! Perfekt! Oh Gott, es geht noch nicht! Okay! Dann hier... So... Perfekt! Dann wollen wir auch das Grab noch machen! Und dann haben wir das nächste Grab hier! Von... Jawohl! Ich will gleich mal was annehmen, bevor die... Da noch laufen macht hier! Ssss! Hm! Oh! Ich rutsche mir ab hier! Was war jetzt? Hih! Oh Gott, Lara! Halt dich bloß da fest, ey! Meine Kleine! Halt dich da nur fest! Hoch mit dir! Rüber! Hoch! Jetzt! Hoch! Nimm dir das Pluginsgut noch mit! Okay! Weiter! Oh Mann! Schnell über den Balken hier drüber! Wir haben es gleich geschafft, Lara! Wir sind gleich dort! Du kannst ruhig mal ein bisschen schneller rennen hier! Oder ein bisschen Gas geben hier! Danke! Komm, Lara! Lauf mal ein bisschen schneller hier jetzt! Danke! Echt! Geh weiter! So! So eine Art Werkstatt! Mh! Anscheinend haben diese Lage die alten Ortenzeiten vollständig übernommen! Ja, der ist da! Ach komm, oh nee! Na warte, Freundchen! Das machst du mit nochmal! So! Mh! 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 Nimm das Ding jetzt auf hier! Und! Oh ja, ey! Was soll der Fuck! Danke! Echt! Jetzt hüpfen! Das Ding! Perfekt, Lara! Nimm das Ding jetzt hier! Das Ding auch noch mit oben rein! Das Ding fackeln wir hier auch mal ab! Und da hinten noch einmal! Oh ja! Die... Und! 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 Jetzt! Und! 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 drauf damit ja auch mal die zwei komm Oh, komm. Warte. Vielleicht muss ich den doch noch drauf mit. Jetzt aber. Danke. Jetzt hoch mit dir, Lara, komm. Rüber. Und. Sprung. Halt dich bloß fest, Lara, nein. Halt dich bloß fest. All diese Orte wurden auf allen Minuten errichtet. Na, öffnen wir mal. Halt dich bloß fest. Halt dich bloß fest. Halt dich bloß fest. Gib den Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal. Danke. Tschau.